Hallöchen, ja willkommen zum Summer Summets 2018. Wir wollen für die Urlauber das Richtige tun, mehr als alle anderen Firmen auf der Welt. Und es geht alles um die Frage, was ist eigentlich urlauberfreundlich? Der Tag heute ist natürlich toll, weil man trifft alle Kollegen. Aber ich finde es schon auch herausfordernd, dass man sich selber die Frage stellt, was mache ich persönlich eigentlich für unsere Urlauber? Was ist mein Beitrag? Wir haben eine ganz große Vision. Wir sind das urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt. Und jeder Einzelne gibt sein persönliches Versprechen ab, was er für den Urlauber tut. So sieht mein Commitment aus. Wir können so stolz drauf sein, was wir alles für den Urlauber tun. We are Urlauber. Wir lieben unsere Urlauber. Wir lieben unsere Urlauber. Wir lieben unsere Urlauber. Wir lieben unsere Urlauber. Vielen Dank.